Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlachtung mit Leder 2. Ihr seht schon, heute sind wieder ein paar mehr Leutchen dabei. Wir waren tatsächlich noch zwei mehr, aber bei zweien gibt es noch ein paar Problemchen. Vielleicht kriegen wir die später nochmal irgendwie dazu. Aber, ja, jetzt zählt es nichts. Jetzt legen wir erstmal los. Ich mute mich und du auch. Wir spielen jeder gegen jeden. Mal schauen, was wird. Und mal schauen, wen wir hier so platt kriegen. Ich bin direkt... Ne, bin doch nicht gemutet. Falsche Taste. Jetzt bin ich gemutet. Okay. Wäre es ja toll gewesen. So, das war natürlich auch gleich verkehrt, aber ist egal. Ich hoffe mal, wir können uns gleich ein bisschen aufbauen. Und schauen mal. Ist eine 5-Spieler- oder 6-Spieler-Karte? Keine Ahnung. Okay, gucken wir mal. Hopp. So, Kaserne. Das Gebäude hier wäre fertig. Geh hier hin. Machen wir uns an die Arbeit. Wer braucht einen Baumeister? Du baust dieses hier. Lass an die Arbeit. Mal wieder ein paar Gefechte. Ist auch was Schönes. Nachdem der Ringkrieg ja jetzt durch ist. Eventuell machen wir nochmal einen Ringkrieg. Aber wie gesagt, wahrscheinlich, dann muss ich mir halt doch mal einen Handicap gefallen lassen. Es zählt nichts, weil du ja doch... Ein bisschen schlechter ist als ich. Obwohl, wie gesagt, ich bin kein Freund von Handicaps. Weil, wie gesagt, das lässt mich dann immer schlechter dastehen als ich bin. Andererseits bringt es ja nichts, wenn ich ständig verliere. Äh, gewinne. Ist ja auch langweilig. Will ich auch nicht. Wir kriegen das schon hin. Auf jeden Fall. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Sehr schön. Wir haben viel zu tun. So, hier hin. Wir haben eine neue Kaserne. Okay, die Kaserne steht. Machen wir gleich mal so. Wer braucht einen Baumeister? Beziehungsweise nein, wir machen erstmal Abbrechen. Wir haben viel zu tun. Wichtiger ist erstmal die Rohstoffproduktion. Da wir fast nur einen... Ich weiß, was wir brauchen. Oder da wir nur einen NPC dabei haben, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass er mich gleich erwischt. Und abgesehen von Du, denke ich mal, werden nicht alle gleich angreifen. Mein Husten ist immer noch da. Ihr merkt schon. Es tut mir leid. Aber lässt sich nicht ändern. Und so. Wird schön werden. Na komm. Bist du jetzt nochmal? Hallo. Was bist du für ein Video? Du sollst ja bauen. So, okay. Besser. So, jetzt können wir mal hier. Okay, der ist fertig. Ja, ja. Rohstoffe werden knapp. Ich geh mal hier hoch. Wird erledigt. Ich weiß nicht, ob hier sich hier oben einer ausgebreitet hat oder ob da jemand ist. Höchstwahrscheinlich erstmal nicht. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, 199. Ja, wie gesagt, je mehr Rohstoffgebäude wir haben, ist zwar jetzt ein bisschen Risiko, dass ich mir jetzt auf Anfang so wenig Leute baue, aber no risk, no fun, wie es so schön heißt. Das Gebäude ist fertig zu tun. Wir machen noch einen. Sehr schön. Die ersten Brigaden haben wir sogar. So, okay. Eins. Dann gehen wir mal hier hoch. Vorwärts. Und wenn das Gebäude hier gebaut ist, wird die Bugenschützenkaserne hinzugesetzt. Na schauen wir mal. 99.100. Sehr schön. Die kommt hier daneben. Ich weiß, was wir brauchen. So. Ja, der ist irgendwie ein bisschen langsam heute. Na, Framerate ist auch nicht so hochwertig, aber ja, wie gesagt, wir spielen ja halt mit vielen Spielern. Da ist immer schon, ähm, sagen wir mal, Frame-Drops mit Frame-Drops zu rechnen, weil das Spiel halt viel übertragen muss. Ähm. Soldaten, bereit machen! Wo bist denn du, Soldaten? Seid bereit! Da. Einfach hier rein. Boah, leckt das aber teilweise auch. Meine Fresse, aber. Ja, wie gesagt, bei großen Spielen ist das schon immer so gewesen. Insofern ist es vielleicht gut, dass zwei ausgeschieden sind. Weil, ähm, es werden vielleicht doch ein bisschen vieles. So auf Dauer dann. Werden wir sehen. Wir kriegen das schon hin. So. Dann machen wir mal noch so ein und so ein. Ist hier drüben jemand? Nein. Wo sollen wir bauen? So, der hat gebaut. Äh, der hier baut weiter. Hallo? Kann der nicht bauen hier? Wir müssen einen besseren Ort. Dann gehen wir mal da hin, genau. Jawohl. Sehr schön. Schießstand haben wir auch. Äh, wo wir gleich mal ein paar Bugenschützen hinzimmern. Was soll ich bauen? Soldaten, Bataillon, Einsatzbereit. Jetzt hier oben muss doch irgendwo. Da. Ein guter Bauplatz. Okay. Wer braucht einen Baumeister? Du kannst mal hier unten noch was hinzimmern. Wir müssen uns beeilen. Warum auch immer das da oben nicht ging. Soldaten, Gondors. Gehen wir. Okay, das hätten wir. Äh, runter. Bugenschützen sind bereit. Wir schützen den Reichendruck. So, wir haben schon mal. Das hätten wir schon mal. Und können mal. So, klein wenig durch die Gegend gehen. Einfach mal zum Testen, ob wir irgendjemanden haben, den wir stören können. Zum Beispiel hier oben. Da oben zum Beispiel. Da ist. Oh, oh, oh. Da kommt schon der Erste mit. Lelelelele. Den hier zurückgerufen. Oh, alle überrannt. Ist er das fertig? Das muss nun wirklich nicht sein. So, so. Verteidiger des Weißen Baumes. So, hier rein. Und mit denen hier weiter. So, kommt. Jawoll. So. Okay, die hätten wir. Äh, das heißt wir sollten. Oh, verdammt. Hier kommt, hier kommt ganz schön was an Action. Oi, 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 oi. Oh. Und jetzt hängt das Spiel. Aie, aie. Aie. So. Lala, lala. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's weiter. Manchmal oben die Hänge, aber es zählt nichts. Müssen wir durch. Kriegen wir hin. Halt es nach dem Feind ausschauen. So, hopp. So, genau. Soldaten sind gut. Äh. Hier staut sich ein bisschen. Dann macht doch mal die Typen fertig. Der macht mal die Gebäude kaputt hier. Aber ich wollte gerade sagen, hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Vor Schreck hab ich natürlich gar nichts mehr gebaut. Hier drüben gibt's also Action. Gehst du mal dahin. Und du baust eine Kaserne hier daneben. So, und nachdem ihr hier alle da seid genau, geht ihr mal eine Einheit und geht mal da wieder rüber. Weil so geht das nun nicht, dass der mich da einfach platt macht. Nein, 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 nein. Und schon wieder hängt das Spiel. Ich denke mal, je weniger Leute dann dabei sein werden, desto, ähm, weniger wird das dann der Fall sein. Also hoffe ich mal zumindest, ob das so stimmt. Hm, wir werden sehen. Ich baue mal hier eine Pfeiltrum-Erweiterung hin. Dann haben wir hier fünf, fünf brauche ich, genau. Hier lang. Kann ich hier oben eigentlich dann noch im Gebäude hin, das müsste eigentlich funktionieren, werden wir sehen. So. Genau, hier entlang. Der Feind ist nah, ja. Jetzt aber. Die Gehüfte auch. Und wo denn? Ich sehe es nicht. Mist. So, okay. So, ich sollte vielleicht ganz schnell mal hier, d-d-d-d-d-d. So, hier. Und hier. Nachproduzieren. Sonst wird es schwierig. So, kommt Leute, das kriegt ihr hin. Sind doch nur ein paar Orks. Beziehungsweise Isengarder Uruk-Hai. Ja, die sind ein bisschen stärker als Orks, aber nicht für mich. So, komm mal hier hoch. Oh, oh, oh. So, okay. Hier drüben wird es schon nachproduziert. Das ist fleißig und schön und gut. Ja, okay. Vor allem, ich habe natürlich gleich den Mittleren erwischt. Ganz toll. Ich dachte, ich hätte hier mit einem menschlichen Gegner zu kämpfen, der gar nicht mal schlecht ist. Ich habe mich voll geirrt. So, wir gehen mal zurück. Wir gehen mal zurück, weil das ist mir jetzt noch nichts. So, hier einfach zurück. Schön, dass ihr hier seid, hier. Hier geht es in die zwei. Ihr geht alle in die eins. Macht mal so und so. Und hier noch ein paar. Und dann... Du, ja. Oh, fuck. So, hier hin. So, hier hin. Und dann einmal so und so. So, hopp. Du bist hier weg. Du bist hier weg. So. Uiuiui, wie das Spiel hängt. Uiuiuiui. Naja, aber bei vielen Leuten zählt es nichts. Muss das wohl so sein. Bin ich schon ausgestattet, oder was? So geht es natürlich nicht hier. Und unsere Kuppen werden angegriffen. So, okay. Auf jeden Fall nicht schlecht. Gleich mal hier ausstatten. Und ich denke, da werden wir hier gleich mal hier noch ein bisschen nacharbeiten. So, da drüben sind noch Bogenschützen bereit gewesen. Sehr schön. Hier, so. Okay. Du brauchst ganz dringend eine Schmiede, mein Freund. Lieber Black. Hier, Diesel schon wieder. Oh, da hat es jemanden geschmissen. Ich weiß jetzt nicht wen. Ich kann es leider nicht sagen. Äh, ihr seid doch bescheuert hier. Nicht da hin, nicht da hin, nicht da hin. Geht mal weiter. Cool. Okay, gucken wir mal weiter. So, hier. Ja, hier hin. Schnell jetzt. Wie schnell sind die? Oh, Leute. So, genau hier. Das. Ja, das ist schon mal richtig. Okay, dann hier. Einen neuen blöden Teil. Und die schon wieder. Mann, 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 Mann. Ganz schön zu kämpfen hier gerade. So, die zwei. Äh, dann würde ich mal weinen. Die Schmiede. Schmiede ganz dringend hier hin. Okay, so weit sind wir. Wir rücken weiter vor. So, das Gebäude ist bereit. Da freue ich mich. Wir haben viel zu tun. Äh, äh. Mal da. Los, an die Arbeit. Bleib wachsam. Hier unten, das Teil hier weg. Hier hinten sehe ich noch irgendwie einheiten. Oh. Ein Gebirgsriese. Nicht so schön. Okay. Ja, hier. Hier einfach auf die hier drauf. Ja, hier. Lalalalalala. Hopp. Einfach drauf hier. Da ist der Gebäude. Und gleich mit dem Bühnen. Natürlich. So, ich hau mich. Ich hau mich mal ein bisschen zurück. Ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt gehen. Das geht so nicht. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. So, und hoffe, dass die, äh, jetzt, äh, nicht unbedingt. Ja, oder eben doch. Auf mich geht gleich. Fand ich an die nicht so schön. So, hopp. Geht mal hier vor. Boah, der Sack. Der Sack. Bleibt mal hier. Und, hopp. In die Eins. So, okay. Genau. Geht mal nicht auf mich, ihr Typen. So. Dann auf den da. Genau. Genau. Okay, das war der erste. Den hier. Wir brauchen, ihr, ihr alle hier. Da rüber. Ich kann jetzt gerade. Boah, die. Mann. Diese Gebirgsriesen, die hast du nicht. Schlimm, 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 schlimm. Aber okay, nichts zu ändern. Komm, Riese. Komm, Riese. Riese tot. So, jetzt hier hoch. Diese Typen. So, ihr geht in die Eins. So, okay. Eins. Ihr seid zwei noch. Jawohl. Sehr schön. In die Eins. Hier einmal wieder ausbauen. Das hier mal rausgehen alles. Ja, ausbauen. Hier ausbauen. Da ausbauen. Okay. Und dann würde ich sagen, ähm, ja, hier. Und dann würde ich sagen, nach dieser, äh, doch, eine Schlacht, die ich umschlagen musste gegen den Dü, äh, beenden wir hier mal die Folge und sehen uns in der nächsten wieder. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschö. Tschö.